Schmeckt sie? Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es einen DM-Haul aus dem Monat Dezember. Der Dezember neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Weihnachten haben wir jetzt hoffentlich alle gut überstanden. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne festliche Feiertage. Und ich dachte mir, ich packe einfach meine Kitties Christmas Aktion noch bis zum 31.12. Das hatte ich auch schon recht früh angekündigt. Denn ihr könnt hier in ein paar Tagen was ganz, 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 ganz Tolles gewinnen. Und ich freue mich schon so enorm drauf, euch diese Verlosung zu präsentieren. Und ich hoffe auch, dass das Video euch gefallen wird. Und naja, deswegen ist es ein bisschen komisch, dass es immer noch die Kitties Christmas Aktion ist. Aber über Kitties Christmas, über den Hashtag Kitties Christmas, da gibt es auch eine Playlist zu, zu Kitties Christmas. Die findet ihr unten in der Infobox. Und dort findet ihr nun mal die vergangenen Videos, also die vergangenen sechs Videos, die vergangenen sechs Worte. Heute gibt es das siebte Wort, was ich hier im Laufe des Videos verstecken werde. Und aus diesen Worten werden dann am 31.08. sein. Und daraus ergibt sich ein wunderschöner Satz. Und wieso, weshalb, warum das alles so gestaltet wird von mir, das findet ihr auch nochmal unten in der Infobox beschrieben. Da setze ich euch einfach nochmal das passende Video zu rein. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, bevor das Video mir jetzt hier wieder zu lang wird, weil ich wieder viel zu viel rumquassle, würde ich einfach sagen, fange ich an. Ich habe einen Special Guest bei mir. Vielleicht sieht man hier unten auch schon das ein oder andere Öhrchen. Meine Elli ist übelst, übelst, übelst scharf auf Rascheltüten. Und ich dachte mir einfach, dass ich dieses Video mehr oder weniger mit ihr ein bisschen zusammen mache, dass wir so ein kleines DM-Haul zusammen abdrehen. Mal gucken, wie sie es mitmacht, wenn sie Lust drauf haben sollte. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel, 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 viel Spaß. Dann packen wir mal unsere Tüte aus, oder? Willst du zuerst anfangen? Willst du mal gucken? Guck mal hier, da geht es rein. Guck mal hier. Wollen wir mal gucken? Was haben wir denn da? Wir haben hier eine wunderschöne Zeitung. Die habe ich mir im Rossmann geholt. Wir holen uns immer die TV Digital. Da sind auch alle Unity Media Sender drin und Sky Sender drin und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich die nachgekauft, weil die läuft ja genau ab heute bis zum 9. Januar. Ist ganz, ganz wichtig, dass ich eine neue Zeitung einzuschaffen. Dann habe ich eingekauft für meinen Freund ein neues Duschgel von Nevea, wie immer. Du machst mir hier gleich Randale und dann schmeißt du mir schon die Taschentücher hier runter. Frau Tola, bringen sie mir mal lieber her. Ja, Taschentücher, genau. Und die hat Elli gerade eben schon entdeckt und fast vom Bett runtergeworfen. Das sind welche von Alouette oder wie man die ausspricht. Rossmann Taschentücher waren im Angebot gewesen. 30 mal 10 vierlagige Taschentücher braucht man immer wieder. Und deswegen haben wir die eingekauft. So mein Schatz, weiter geht's. Willst du gucken? Ja, guck mal rein. Ja, guck mal rein. Welches nehmen wir? Oh, Bangepöx, Bangepöx. Willst du da rein? Ich nehme einfach mal was raus, okay? Hier habe ich zum einen meine Baby Young Care Quick & Clean Soft Pads und Augenmakeup-Entferner. Ich liebe sie einfach und meine sind leergegangen und ich brauche unbedingt neue. Und deswegen habe ich mir auch wieder welche nachgekauft. Dann habe ich auch was Cooles entdeckt, was ich jetzt irgendwann mal hier auf YouTube schon gesehen habe. Und zwar dreht es sich hier um die Essence Party Box, Look, Look, Make-up Box. So, Party, Look, Make-up Box. 7,95 Euro steht sogar noch der Preis drauf. Und mir ist sogar aufgefallen, das ist mir aber erst zu Hause aufgefallen, dass dieser Spiegel hier oben kaputt ist. Also der hat irgendwie einen Schlag weggekriegt. Aber das ist egal. Die Produkte an sich sind alle noch niegelnagelneu, unbenutzt und alle heile. Und von daher finde ich diese Palette voll cool und werde auch wahrscheinlich jetzt im Januar mal so ein Party-Make-up zu abschminken, falls ihr da Bock drauf haben solltet. Und was findest du denn da noch? Frontpuller. Hä? Was haben wir denn noch? Wir haben noch ein Shampoo. Ein Shampoo von Balea. Das Farbglanzshampoo mit Blutorange und Moringa. Ist für koloriertes Haar oder getöntes Haar ohne Silikone. Und eins meiner Lieblingsfeuchtigkeitsshampoos ever. Und deswegen war es mal wieder nötig, es nachzukaufen. Dann habe ich hier noch mir gekauft meine Lieblings-Garnier-Hautmaske. Und zwar die Anti-Pickel-Thermo-Maske. Die ist sowas von genial. Habe ich schon so oft erzählt. Und einfach ein Must-Have zu jeder Jahreszeit eigentlich. Also ich mache super, super, super gerne Gesichtsmasken. Oder ich stelle mir auch sehr gerne selber Gesichtsmasken her. Da findet ihr auch immer mal wieder das ein oder andere Video. Oder ein Do-It-Yourself-Video zu Gesichtsmasken. Unten in der Infobox oder halt auch einfach mal auf meinem Kanal rumstöbern. Dann habe ich mir gekauft aus dem DM die Visio Max Augentropfen. Ehrlich gesagt bin ich immer so ein bisschen skeptisch, was Augentropfen angeht aus dem Drogerie-Bereich. Aber ich habe mir die jetzt einfach mal geholt. Das sind feuchtigkeitsspendende Tropfen. Also wenn du halt dazu neigst, trockene Augen zu haben oder was weiß ich, dass du das Gefühl hast, dass da irgendwie Sandkörner drin sind oder so. Das ist echt immer ein sehr unangenehmes Gefühl. Ich spreche aus Erfahrung. Ja. Nein, das ist echt kacke sowas. Und ich benutze die jetzt einfach mal. Mal gucken, wie die so sind. Und... Ne? Motte? Weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde es einfach mal ausprobieren, was mich erwartet. Keine Ahnung. Tut mir leid, ich musste gerade eben mal das Video abbrechen. Ich habe einen ganz, 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 ganz wichtigen, tollen Anruf bekommen. Aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Ich glaube, ich hatte aufgehört mit... Mit, 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 mit. Wo ist es hin? Da ist es. Es hat sich hier versteckt. Hiermit. Und zwar habe ich nämlich meine Balea Farbglanz Haarkur nachgekauft. Ich finde die genauso genial wie das Feuchtigkeitsspendende Shampoo von Balea. Eine ganz, ganz tolle 2 Minuten Haarkur. Ich kann die euch einfach nur ans Herz legen. Schaut sie euch mal an und probiert sie aus. Und ihr werdet verstehen, warum ich die so toll, wirklich so, so, so toll finde. So, Elli macht sich hier wieder selbstständig unter der Tüte. Dann habe ich mir noch was gekauft von Triss Ease. Das tägliche Wunderkur Spray. Das ist auch sowas, sowas, sowas von genial. Das habe ich aber nicht für mich gekauft. Für wen ich das gekauft habe, verrate ich noch nicht. Das werdet ihr noch früh genug erfahren. Dann habe ich... Kriege ich mal die Tüte, mein Schatz? Danke. Danke. Dann habe ich mir noch was gekauft. Da kommen wir jetzt schon wieder zum Rossmann-Einkauf. Von Revalde Loop habe ich mir eine neue Eyeshadow-Base geholt. Ist für mich ein riesen, riesen, riesen Must-Have und eine ganz, 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 ganz tolle Eyeshadow-Base. Darf mal ab. Dann habe ich noch etwas gekauft im Rossmann. Und zwar ein Dufti-Öl in dem Duft... Ähm, äh, 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 Schei-Tee. Schei-Tee. Ein Schei-Tee. Ein Schei-Tee. Ganz, 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 ganz toller Duft. Da gibt es ja auch verschiedene Teesorten, die man wirklich trinken kann. Das Öl kannst du jetzt nicht wirklich trinken. Aber ich liebe Duft und besonders zur Weihnachtszeit liebe ich es einfach, mir Duftkerzen anzumachen oder auch Duftöle mir anzumachen. Wirklich eine ganz, ganz, ganz feine Sache. Und dann habe ich mir noch was geholt. Last but not least habe ich mir hier noch was geholt. Und zwar, und zwar habe ich hier zum einen meine Essence I Love Extreme Crazy Volume Mascara nachgekauft. Dann habe ich einen ganz, ganz tollen Lippenstift gekauft. Den Oso Matte von Essence. Das ist ja ein matter Lippenstift. Einer der besten matten Lippenstifte, die ich jemals aus dem Drogerie-Sortiment ausprobiert habe. Und dann habe ich noch so eine kleine, ähm, Balea-Feuchtigkeit... Balea-Feuchtigkeits-Shampoo-Probe geholt. In so einem kleinen, ähm, Format. Und dann habe ich noch etwas gekauft. Und zwar die Catrice Bro Designer, Lash Bro Designer, äh, das Lash Bro Designer Gel. Ja, das habe ich mir noch mal geholt, weil ich, äh, damit auch was Tolles vorhabe. Aber das verrate ich euch, wie gesagt, alles erst im nächsten Video. Also, was ich in drei Tagen... Oh, meine Mama hat angucken. Danke! Was ich in, in, in... Eins... Acht, zwei, neun, zwei, neun, drei, neun, drei, neun, drei... In vier Tagen, ich kann nicht mehr rechnen. Was ich in vier Tagen hochladen werde. Also genau am 31.12. werde ich ein Video hochladen. Und dann werdet ihr erfahren, warum ich diese Sachen gekauft habe. Zum Teil gekauft habe. Also nicht alle Sachen, die ich hier gezeigt habe. Mann, 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 Mann. Jetzt bin ich hier voll aus dem Konzept gebracht worden. Aber, äh, wurscht. Ich habe meine Tüte geleert. Ich habe alles, äh, euch gezeigt, was ich gekauft habe. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Das war das vorletzte Video im Jahr 2014. Ich bin schon ein bisschen traurig. Aber ich freue mich tierisch darauf, dass ich im Januar 2015 mit ganz, ganz tollen neuen Videos starten kann. Und dann wird es natürlich auch wieder einen Januar-DM-Haul geben. So schnell geht das Jahr vorbei. Und so schnell beginnt ein neues Jahr. Potsplitz ist echt krass. Crazy krass. Aber, nun gut. So ist das nun mal hier im Leben. Die Zeit, die rennt allein vorbei. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr noch einen wunderschönen Tag habt. Wir sehen uns, wie schon erwähnt, in vier Tagen zu meinem aller, 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 allerletzten Video im Jahr 2014 wieder. Was wirklich ein ganz, ganz tolles Video wird. Und ich freue mich drauf, es euch zu zeigen. Und ansonsten würde ich sagen, schaut hier oben nochmal vorbei. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Das ist auch ein ganz, 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 ganz tolles Video, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Und hier ist das Video vom letzten Mal. Das ist nämlich mein Weihnachtsvideo. Aber es ist trotzdem eine ganz, ganz tolle Make-up-Inspiration, die ihr euch holen könnt für einen festlichen Anlass. Und zudem geht noch die Verlosung bis zum 28.12. Also genau bis morgen habt ihr noch die Möglichkeit, bei der ganz, ganz tollen Verlosung hier auf meinem Kanal mitmachen zu können. Deswegen fleißig kommentieren, falls ihr Lust drauf habt, etwas Schönes zu gewinnen. So, und jetzt würde ich sagen, alles, alles Liebe, dicken Kuss, macht's gut, bye, bye.